Auf unserem Planeten im 21. Jahrhundert folgen heutzutage zwei Milliarden Menschen einem Mann, den sie noch dazu als den besten Menschen aller Zeiten darstellen und als einen Propheten Gottes. Sie folgen einem Mann, der sexuelle Attraktion gegenüber Kindern zeigte, der seine Offenbarungen so legte, dass er Kinder missbrauchen und sexuell vergewaltigen konnte und sie schenden konnte und der sogar ein Kind heiratete. Mohammed, und das darf man sagen, auf Basis der uns zur Verfügung stehenden Quellen über sein Leben, war ein Kinderschänder. Das bedeutet, die Religion des Islam gründet sich auf einem Mann, der nach heutigen Maßstäben als Kinderschänder, als jemand zu bezeichnen ist, der Kindesmissbrauch begeht. Wir haben zum Beispiel in Zahri al-Bukhari 7, 62 und 64 folgende Bericht. Aisha berichtete, dass der Prophet sie heiratete, als sie sechs Jahre alt war und dass er seine Ehe vollzog, also Sex hatte, als sie neun Jahre alt war und dass sie dann neun Jahre lang bei ihm blieb, das heißt bis zu seinem Tod. In Sahih Muslim 8, 3, 3, 1, 0 lesen wir folgendes. Aisha berichtete, Allahs Apostel heiratete mich, als ich sechs Jahre alt war und ich wurde in sein Haus aufgenommen, als ich neun Jahre alt war. Das bedeutet, wir lernen aus zwei sehr hochrangigen Quellen des Islam, die als authentisch und als dem Koran beigesellt, als gleichgültig beigesellt, also gleich im Wert gültig beigesellt wurde. Da lesen wir zweimal in Bukhari einmal und in Muslim, dass Mohammed eine Sechsjährige heiratete. Und als dieses Mädchen neun Jahre alt war, hatte er Geschlechtsverkehr mit diesem Mädchen. Das kann bis heute, wenn man in die Länder guckt, wo die Menschen so etwas machen, das kann zu schlimmsten Schäden führen. Es kann zu schweren Verletzungen an der noch nicht ganz ausgereiften, also noch nicht ganz vollständig entwickelten Vagina kommen. Es kann da zu schlimmeren Verletzungen kommen. Es kann zu psychischen Schäden bei den Kindern kommen. Und es kann dazu kommen, dass Mädchen lebenslang ein Trauma haben. Dass sie keinen Zugang zur Bildung haben, weil sie ständig ihren Mann bekochen müssen. Das kann dazu führen sogar, dass Frauen sich als minderwertig betrachten und vielleicht in manchen Fällen sogar auf Basis dessen Suizid beginnen. Und wenn wir in diese Länder hineinschauen und sehen, was das Erbe Mohammeds ist, und wir rufen uns ins Gedächtnis, was der Herr Jesus Christus gesagt hat, nämlich an den Früchten werdet ihr sie erkennen. Welche Früchte hat Mohammed getragen? Nicht nur er selbst hat eine Sechsjährige geheiratet. Die Leute, die es ihm gleich tun, schaden damit diesen Mädchen enorm, schaden dem weiblichen Geschlecht so enorm, dass es nicht mehr zu ermessen ist an dem Schaden, der dadurch angerichtet wird. Naja, und wenn man sich diese Früchte ansieht, dann muss man halt einfach sagen, offensichtlich kommt die Botschaft des Islam direkt aus der Hölle vom Satan persönlich. In Bukhari 7, 62 und 65, naja, da heißt es ja dann noch, Hasham sagt, Hisham sagte, mir wurde mitgeteilt, dass Aisha neun Jahre lang, das heißt bis zu seinem Tod, beim Propheten blieb. Also der Typ, der kannte offensichtlich den Koran ziemlich gut und kannte offensichtlich das Umfeld Mohammeds und sein Leben ziemlich gut. Und, naja, und der sagte, Aisha blieb dann noch neun Jahre lang bei ihm. Das bedeutet, nachdem quasi, naja, nachdem quasi Mohammed sie mit sechs Jahren Ehe lichte und mit neun Jahren dann Geschlechtsverkehr mit ihr hatte, ja da war es dann so, dass sie noch neun Jahre bei ihm blieb, also insgesamt dann 18 Jahre alt war und dann, ausgerechnet dann, wenn sie schon ein bisschen erwachsen wird, dann stirbt Mohammed und die ganze Kindheit Aishas ist sozusagen versaut. Man kann es nicht anders sagen. Ja, und wenn man sich dies nun so durchliest und das damit vergleicht, was wir an Berichten haben über Aisha selbst, die zum Beispiel sagt, wie wir bereits gesehen haben an anderer Stelle, naja, mir kommt das schon so vor, als würde Allah sich ständig anschicken, Mohammeds persönliche Begierden zu erfüllen. Und das sehen wir auch. Kaum erblickt Mohammed eine Frau, die ihm gefällt oder an der er sich sexuell aufgeilt, naja, da wird sie ihm auch schon von Allah beigesellt. Ja, kann man nicht sagen, ziemlich komisch, wenn das der Heilsplan, der universelle Heilsplan Gottes für die Menschen ist, ja, auf den man bis ins siebte Jahrhundert hinein wartete und im Unwissen darüber war, dass alles andere vorher falsch war, naja, dann muss ich mich halt fragen, was läuft denn da schief? Ja, Gott korrumpiert seine eigenen Schriften, um dann so eine Botschaft auf Mohammed zentriert zu bringen? Da müssten doch alle Alarmglocken läuten. Kann das denn der wahre Gott sein? Das kann doch nie im Leben der wahre Gott sein. Und dann auch noch Mohammed, wie gesagt, er nimmt sich einfach, was er will, aber er beweist nicht, dass ihm das überhaupt zusteht. Hat er jemals ein Wunder getan? Hat er jemals eine richtige Prophetie gebracht? Nein, stattdessen hat er sich, und das steht im Koran, also in der frühesten Quelle, ja, vor den Hadithen noch, die hundert Jahre und mehr später kamen, da steht halt einfach, dass Allah sich immer und immer wieder Ausreden dafür ausdachte, warum Mohammed nicht von ihm ausgewiesen wird. In der Zeit, in der er das tat, hätte er schon locker mal ein Wunder herabsenden können. Die Propheten des Alten Testaments haben reihenweise Wunder gewirkt und richtige Prophetien gebracht. Ja, und das mit den richtigen Prophetien kann man zu Wundern dazuzählen. Also im Alten Testament geschehen Wunder. Ja, Gott wirkt dort Wunder. Ja, bei echten, wahren, authentischen Propheten, denen es um die Menschen geht und nicht um sich selbst. Jesus Christus hat selbst Wunder getan. Die Apostel haben Wunder getan. Diese Leute wurden also bestätigt, und Gott hat dem Evangelium seinen Stempel aufgedrückt. Einer Botschaft, die ganz und gar auf Gott zentriert ist, ganz und gar auf das Gute und auf den Menschen, der von Gott gerettet werden möge. Naja, und bei Mohammed, da geht es einfach nur darum, dass er bekommt, was er will. Er konnte einfach den Hals nicht vollkriegen. Ja, er konnte den Hals nicht vollkriegen und hat sich immer mehr genommen, was er will. Ja, einmal, da hat er ja, wie wir bereits gesehen haben, sogar bei der Beerdigung einer seiner Töchter gesagt, naja, der, der jetzt nicht Sex hatte, der kann es doch mal mit der Leiche meiner Tochter probieren. Eine Person hat sich dann gemeldet und ist tatsächlich im Beisein Mohammeds, ihres eigenen Vaters, in dieses Grab gegangen. Kann man sich das vorstellen? Kann man sich das vorstellen? Mohammed hat noch nicht einmal vor seinen Töchtern halt gemacht. Nicht mal da konnte er seine sexuellen Begierden zurückschrauben. Nicht einmal von seiner Tochter Fatima konnte er seine Finger lassen. Bihar al-Anwar, Band 43, Seite 78. Was lesen wir da? Dass Mohammed, kurz bevor er schlafen ginge, sein Gesicht zwischen die Brüste seiner Tochter Fatima legte. Das war, wie es in dieser Quelle steht, seine Gewohnheit. Dieser Typ konnte also seine dreckigen Finger nicht einmal von seiner eigenen Tochter, in diesem Fall von Fatima lassen. Und das braucht er offensichtlich zum Einschlafen? Das kann nicht sein. Denkt man doch mal darüber nach. Kann das sein? Ist das logisch? Das ist doch der größte Schwachsinn aller Zeiten. Natürlich darf man jetzt angewidert sein. Maximal sogar. Wenn man auch nur ein bisschen gesunden Menschenstand, äh, Menschenverstand hat und wenn Muslime auch nur ein bisschen ehrlich sind, dann haben sie, sind sie jetzt ebenso angewidert. Ja? Das liegt einfach in der Natur der Sache. Aber das war's noch nicht. Mohammed hatte nämlich einen wirklich einen wirklich denkwürdigen Fetisch. Und zwar den Fetisch, dass 6- bis 9-Jährige mit Puppen spielen, bevor er dann Sex mit ihnen hatte. Ja, das bedeutet, er beobachtete Kinder dabei, er beobachtete seine Kinderbraut Aisha dabei, wie sie mit den Puppen, mit ihren Puppen spielte und dann, ja, dann sollen sie mit Mohammed spielen. Fateh al-Bari Seite 143 Band 13 Bukhari 8, 73 und 51 Aisha erzählte, ich spielte in Gegenwart des Propheten mit den Puppen und meine Freundinnen spielten auch mit ihr. Wenn Allahs Apostel meinen Wohnort betrat, versteckten sie sich, aber der Prophet rief sie dazu auf, sich mir anzuschließen und mit mir zu spielen. Ja? Das Spielen mit Puppen und ähnlichen Bildern ist verboten aufgrund des islamischen Bilderverbots, aber für Aisha war es damals erlaubt, da sie ein kleines Mädchen war und noch nicht das Pubertätsalter, noch nicht das Pubertätsalter erreicht hatte. Das bedeutet, Mohammed hat ein Mädchen geheiratet, das noch mit Puppen spielte und hatte einen Fetisch dabei zuzusehen und sich dann über Aisha herzumachen, über sie herzufallen und ihre Freundinnen, wenn Mohammed dann zu ihr Heim kam, die versteckten sich vor diesem Typen. Die Kinder, die mit der Frau von Mohammed spielen, weil die Frau von Mohammed noch ein kleines Mädchen ist, ein kleines Kind, die verstecken sich vor diesem Typen. Was sagt das über Mohammed aus? Liebe Muslime an alle, die das überhaupt zu, die das überhaupt erreicht, wenn ihr jetzt schockiert seid, dann prüft es doch gerne nach, wenn ihr es nicht glauben wollt. Wenn ihr dann schockiert seid und am Boden zerstört, dann kommt zu Jesus Christus ins Licht und verlasst die Finsternis. Tja, Mohammed zeigt, der Islam zeigt, Allah zeigt sein wahres Gesicht. Wenn man sich tiefer mit dem Islam beschäftigt und oftmals reichen einfach nur solche Referenzen, um zu sehen, dass man kein Rassist ist, dass man kein intoleranter, bösartiger Mensch ist, dass man kein Rechtsextremer ist, dass man kein Nazi ist und dass man kein Mensch ist, der keinen Respekt vor anderen Ethnien oder Kulturen oder Religionen oder was auch immer hat, wenn man etwas festhält, was historische Tatsache ist und was die eigenen Quellen des Islams, die eigenen Glaubenszeugnisse und Glaubensdokumente der Muslime, die Biografien Mohammeds sagen, und zwar die frühesten und von den Gelehrten der Muslime als authentisch anerkannten Hadithe, was die sagen, was die lehren, nämlich, dass Mohammed ein Kinderschänder war und dass der Mann den Muslime als letzten Propheten, als Siegel aller Propheten, als besten Menschen, der je gelebt hat, bezeichnet, dass der ein widerlicher, geisteskranker, sechssüchtiger, Kinderschänder war. Und wenn man so angewidert ist wie ich, dann ist die letzte, dann ist die letzte Möglichkeit, dass man darüber aufklärt, damit die Menschen vom Islam, vom Satan hin zum einzig wahren Gott, zu Jesus Christus kommen, der auch mit Kindern gespielt hat, aber der es vernünftig gemacht hat, der keine Kinder vergewaltigt hat und der die vernünftige Ehe zwischen Mann und Frau geboten hat, der so etwas wie Gewalt abgelehnt hat, der Liebe gepredigt hat und der anhand der Kinder gezeigt hat, wie Menschen werden sollen, unschuldig und freundlich, mit offenem Herzen, mit all dem hat Mohammed nichts zu tun, darum verlasst den Satan, kommt zum wahren Gott, zu Jesus Christus. Ich, wenn ich so etwas lese, bin schockiert, dass zwei Milliarden Menschen dieser Sekte, dieses Typen noch hinterher rennen, aber bin dann auch froh, dass ich im Lichte des einzig wahren Gottes, des biblisch-christlichen Gottes, Jesus Christus stehe. He that you 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 Vielen Dank.